heute was geht ab mit einer weiteren folge von alten folgen anschauen ich weiß echt nicht wie ich das eigentlich nenne reakt von den ersten verfolgen von der ersten staffel meiner videos anlässlich des jubiläums was demnächst kommt zwei jahre sind wir schon am start und ja deswegen schauen wir uns doch mal die anfänger an die ersten paar videos waren richtig leiden so schlecht gemacht was eigentlich ist nichts passiert aber damals der hype echt lustig die alten sachen zu sehen manche sachen sind echt peinlich da denke ich mir was habe ich mir dabei gedacht aber ok weiter geht's mit der nächsten folge ich denke jetzt wird langsam mal endlich bisschen spannend und ich denke mir wieso habe ich damals so lange videos gemacht 19 minuten das ist viel zu lang das kostet viel zu viel zeit das könnte man lock auf 10 unterschrauben ich mach mal play aber jetzt erstmal die neue folge tutung mittwoch 15 uhr weg in der geszene wir haben gehört wird auch immer so kommen heute kann es so kommen und dann sind wir dahin gekommen diese verrückten theorien am anfang vom spiel in welcher zeitspanne soll er kommen 15 uhr waren die letzten male wurde mir so gesagt es ist schon 15 uhr 2 ich weiß oh mein gott schon 15 uhr 2 aber es ist ich habe erfahren von einer anderen es ist bisher zu uns gespawnt kein wunder es ist mittwoch mittwoch 15 uhr die leute sind arbeit abenteuer abenteuer das ist richtig gut die zweite folge ok ok das fang ich nicht ich glaube ich habe schon so viele progewöhn ich habe schon so viele es schaut so als würde er so nah sein aber das ist ein zweites oh mein gott golbert golbert das ist der der ja mit dem verschwende ich immer viele bände oder ey das gibt es ich komme da gar nicht mal hin mein gott ey schau jetzt mal wie ich es mache dann könnt ihr gleich mal ein tutorial sehen wie man curveball wirft erstmal eine hemibeide Ja, jetzt habe ich ihn, Alter. Hier, aber nicht. Komm, wirf, komm, wirf. Zubart kriegt sogar einen Hyper-Wall von mir. Das ist ein Golbert. Äh, Golbert meine ich ja. Schau, er wird jetzt einmal angreifen. Ich kenne nicht mal den Unterschied zwischen Zubart und Golbert. Das ist er jetzt. Und dann... Oh mein Gott! Alter, feinlich. Du meinst, du hättest wieder meins gemacht, Alter. So geht das mein. Da, der war drin. Alter, fangst doch dieses Golbert! Und, bleibt er? Oh mein Gott! Egal, probieren wir es mit Super-Wall. Super-Wurf, großartig! Das ist mit Exzellent. Einfach vorbelauf. Eins. Okay. Okay, das ist mit Super-Wall. Scheiß doch, das ist Golbert. Oh mein Gott, der ist weggelaufen. Okay, was habt ihr dich wieder, Alter, Mann? Schauen wir mal lieber, wer da hinten so alles steht. Wen wir alles da kennen. So, alte Leute. Noch dazu, ich könnte eigentlich, glaube ich, 10 machen. Okay, 10 kann ich nicht machen. Oh mein Gott! 10 sind 500 Zubart-Wurmungs übrigens. Weil damals gab es nur Golbert, sprich die Entwicklung hat noch 50 gekostet. Dann kam X-Bart. Und Zubart auf Golbert ist dann runter auf 25 gesunken. Wen kennen wir da? Wen kennen wir da? Ja, okay. Den kennt man, Vasili. Von der letzten Folge. Der Mann mit den Fehlinformationen. Der Mann mit den Todtag 15 Uhr. Ich habe es mit der Kamera, wo Todtag geht. Es ist halt öfter um 15 Uhr gekommen. Was soll ich sagen? Wer weiß nicht. Zweimal in die Mitte. Ich schau immer im Hintergrund, wen wir da alles kennen. Also, wen wir später im Verlauf der Pokémon-Karriere kennengelernt haben. Der damals schon gezockt hat. Alter, was für Eifs, Mann! Das rät mich so auf. Damals wusste ich es nicht, aber... Welche? Eifs! Wer nennt das Eifs? Oh mein Gott! Jetzt hatten wir hier und können das vierte Ding nicht anmachen. Jetzt nicht? Nein! Bei mir geht es vierte. Das geht doch nicht. Alter, Tati. Leide nicht, Mann! Leide nicht, Tati! Das hat echt viel damit zu tun, Mann! Doch, Mann! Wir haben nicht mehr. Okay, bei mir geht es echt nicht mehr. Das ist keine Scheiße, Mann! So! Was sieht hier noch aus? Dass mir die Ruf endet, wenn es unterkommt, ja? Ja! Oh! Oh! Passiert jetzt was? Das ist Action! Das ist der Pokémon-Soundtrack! Pokémon-Go-Soundtrack! Das ist der Pokémon-Go-Soundtrack! Achso! Wir haben eine Runde gedreht! Wir sind echt alles sehr weit ausgemacht! Ach, geht eigentlich! Warum hast du da auch? Weil... ...weil... 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 Oh mein Gott! Immer noch das Kasseste... ...in meinem Zimmer, ich habe ein Spiel angemacht, da war Labras... ...das Zweit-Krasseste war Genera! ... ...das Dritt-Krasseste war Noc-Chan... Im Zimmer! ... Yo, mein Ei! Schau mal was rauskommt Das S sei auf dem Channel Oh, Wolfeball tot Wolfeball tot Shoutout an den Afghanen Shoutout auf den Afghanen Was schon Oh mein Gott Afghanen, Explosion, falls ihr versteht Können auch einen machen Alter, für den Afghanen Einer von Rubio Sein neustes Deck für Fire auf unserem anderen Channel zu sehen Ihr seht Ich versuch noch beide Channels zu pushen Krasse Kombos Zwei Karten, Drei Quasar Ich hab den Yu-Gi-Oh Channel noch nicht aufgegeben Zwei Karten, Drei Quasar Das ist nicht so fertig Zwei Karten, Drei Quasar Alter, zu lustig Zwei Karten, Drei Quasar Aber das war echt ne coole Kombo Für alle Yu-Gi-Oh Spieler Echt jetzt Also das waren noch echt die geilen Zeiten Wir haben ja noch beides versucht Und beides gemischt Oh mein Gott, Ammonitas Ammonitas Ich glaub mir ist das Ammonitas geflossen 40 Bonbons hab ich schon Aber damals endselten Richtig selten Ja ich weiß Ja man kann das gleich wegschicken Wieso? Ja bei dir vielleicht Das ist bei dir dann auch scheiße Ich weiß, Alter Ja Alle haben das gleiche Ich wollte nur ein bisschen aufziehen Ich weiß nicht wie viele Die Ives sind trotzdem Die Ives Alter Jedes Mal wenn er Ives sagt Natürlich weiß ich das man Dann lasst nen Kommentar Wenn ihr das auch so hasst Ives Oder wenn der ein krasser ID hat Dann kann er ja niemanden krassen drauf Wenigstens Tati sagt das richtig Aber der wird nicht besser als ein Nr.80er sein Ja du bist so toll Willst du echt? Was ist das überhaupt? Evoli oder was? Gut Schau dir die Ives gleich nach Nein das mach ich zuhause Du magst du jetzt nach Da hab ich schon Schau in du, den kann ich auch machen Dein Kappa da sind's Wenn du das Problem Er ist tot Ich kann's nicht streißen Wie der entdeckt hat jemand Die kosten Weg damit Komm spielen wir Ja spielen wir Alter Dieses gemischte Yu-Gi-Oh und Pokémon war zu geil Echt schade dass Yu-Gi-Oh tot ist Oder dass Yu-Gi-Oh von uns tot ist Kannst du eigentlich mal auf den Turtok oder? Oder das Turtok Wo ist deine sichere Quelle wo das Turtok hier kommt? Alter Turtok man Also einmal ist es da vorne am Ospo Und jetzt gerade oder? Ja du das Da vorne am Ospo Guck mal ob wir stehen hier Eigentlich echt gute Quelle hast du Alter Ich hoffe du zahlst dir natürlich nix Mann Also es ist Fakt Das ist hier schon Ich nehme es 3,4,3,3 Von meiner Haustür kam auch von meinem Futter Komm mal zu mir jetzt Komm Alter So Wen kennen wir da Oh da Trattini Wo ist Trattini Das Pokémon Das Pokémon im Pokédex war Desto höher waren die IV Deswegen gab es so viele hunderter Trattini wild Oder aus dem Logmodul halt Aber wir haben keine zweieinhalb Minuten Wir brauchen eine Klasse Immer noch eine Menge Leute aber Es hat schon nachgelassen Der Hype ist schon ein bisschen down Wir sind Mitte September Das Spiel ist jetzt zwei Monate alt Oh jeder Habe ich das in 4K geschossen oder was? Die Quali ist ja ernsthaft geworden Vielleicht kommt der ja um 4 Ich glaube am Anfang habe ich echt auf 4K geschossen noch Problem ist halt Es hat zu lange gedauert ein Video zu bearbeiten bei 4K Ich hab nicht gesagt heute Ich hab nicht gesagt heute Es ist oft Am nächsten Tag Nach Manny Wer hat das anderes erzählt? Ich hab gesagt heute sicher So wie du es mir gesagt hast Ja genau So wie du es mir gesagt hast Alter Heute sicher Heute Heute Um 3 Uhr So hattest du es mir gesagt 3 So 3 Alles klar 3 3 2 Es gibt nur eine Es gibt nur eine Wir haben noch 2 2 So Sie erzählst uns jetzt von dem Bisa Samnest Bisa Samnest Damals gibt es Kurs Du benutzt schon die Map Du bist in gezielter Uuh Er benutzt Maps Was für ein Verbrecher 28 Uuh 28 Gebt euch das mal Das war damals Kurs Genau Jetzt geht man Jetzt geht man eine Runde Und fängt einfach 28 Die haben die Spawnrate So hart erhöht Im Vergleich zu damals Oh mein Gott Quali ist runtergefallen Was soll denn das? Einstellungen So 1080 wieder Was soll denn das? Also Folge 3 Ospark Folge 3 Ospark Oh mein Gott Die Ospark Folge war echt gut Die Ospark Folge war echt gut Dezember Dezember Ich kannte ein Humanda Ich kannte ein Humanda Nests Ich kannte ein Humanda Das war draußen in der Mentor Schweiz Aber jetzt haben sie das geändert Genauso wie im ersten Mal Pikachu Ja genau Das erste Nest Für die Medaille wäre zu Klaus gewesen Damals Danach kam nie wieder ein Kurs das Pikachu nests Ich kannte das wäre Das wäre so locker 600 Was denn? Hast du es nicht gefangen? Hast du es gefangen? Ja Aber das ist scheiße Das ist scheiße Aber ich habe gesagt das ist scheiße Aber hier ist doch ein Ich kann die Ospark Ja Wieso wackelt die Kamera so hart? Ja Dranziliersatz Oh eine 612 Aber wasche Weil ich auch fange Deswegen Also Jungs Dritte Folge auspacken oder was? Ja man Ja ich glaub schon Ja aber dann Also wie gesagt Ich hab Geld drauf mit Visafor Ich hab Geld drauf mit Visafor Ich hab Geld drauf mit Visafor Hm Ja Ja Das ist übrigens der Hannes Er hat Party in RSG geholt Wahrscheinlich Und danach Ja wieder Sind wir alle in RSG gegangen Also das war der Kontakt Der erste Kontakt mit RSG RSG Hannes Ohne Freundin Oh mein Gott Verhält sich als wär das so Name unbekannt So Was ist die App wo man Wo die Leute da rein spawnen können Wo was ist? Ah ok Pokémon GO München Die Gruppe gibt's immer noch Und ist immer noch recht aktiv Ja was ist jetzt? Bleiben wir hier oder gehen wir Ospark? Ja den haben wir zugeben Jetzt sofort? Warten wir noch 10 Minuten Ospark gar nicht so weit von Monoplas entfernt Also Nimm mal halt Mach mal halt Halb ist unsere Wege Halb ist echt Dann kommt der Toto von halb 5 Oh mein Gott Da läuft Adnan Da lief Adnan Wer das kennt Wer ihn kennt Das ist so ein Türke Mein längster ärgster Konkurrent Bin zusammen mit ihm Level 40 geworden Richtig krasser Suchti Hat leider aufgehört Wegen anderen Problemen Aber der war echt lange Zeit beim Direkter Rivale Oh mein Gott da ist es Der Adnan lief da einfach so rum Oh mein Gott wo ist es? 634 Boah 570 Da ist er oder? Da ist er oder? Oh mein Gott hinter Tati Wie Adnan da einfach wo es läuft Deins 666 Ja 366 Meins hat 686 Und jetzt hat 634 Welches Level seid ihr? 24 23 Hey irgendwie glaub ich hab's bereut Dass ich so schnell gelernt hab Die im Level 20er Vielleicht Kriegen so 2000er Pokémon Wobei mir dann 14 Irgendwo jetzt? Ja und? Das muss nichts heißen man Das ist heute nicht rum Weil er ist nicht rum Aber echt man Heute nicht rum was hier Aber ich kenn Ja Oida Dragonier irgendwo Ja Alle laufen? Ein bisschen Action Ein bisschen Action Na endlich man Ein bisschen Action Wo ist das Dragonier? Alter zu gar wie wir Adnan entdeckt haben Vielleicht entdecken wir noch mehr Leute Oida wer waren denn die? 879 Das ist krass Wer waren denn die zwei? 860 Ja Was kommt dann für ein Ding raus? Ja 1006 1007 Dragon Oh mein Gott Wie war das denn? Tati was da los? Was da los Tati? Oh mein Gott Tati Okay oida das ist Oh mein Gott straight Schau dir jetzt meinen Topspin an Tatsächlich Der Daumen ist im Weg nur Oh mein Gott wahrscheinlich Jetzt ist der Topspin Ich hab ihn Zubasa und sogar das Topspin Oh mein Gott das ist gut geahmt Ich hab ihn Alter Timmy blamiert sich echt nur mit seinen Würfen Und ich wahrscheinlich auch Überball war schon mächtig Eins Zwei Oh mein Gott er ist rausgekommen Alter Timmy Oh mein Gott Nochmal deine Beere zur Sicherheit Deine Beere immer gut Ich hab nach Abra gelernt Alles den Folge 1 zu sehen Alles Folge 1 Scheint auch 90% Ich erinnere mich gar nicht an das Abrahmen Das gibt's nicht man Was denn Conny Gib mal einer Der Wert Jetzt kommt Der muss zum Eins Zwei Nein Ey das gibt's doch nicht man Zwei Bären und zwei Hyperbälle Oh mein Gott Timmy Hört nur noch nicht Die Quali ist echt gut zu haben Superball Superball 4k man merkt echt dass ich es nicht 4k geschaffen habe Eins Oh mein Gott Oh mein Gott Ich werfe jetzt noch einen Superball Es kann schon sein dass es ein Ding ist Ein Ein Also 90% 90% Also wieso hängt das so hart bei ihm? Nein man Eins Also ich hab ihn Oh mein Gott Du fährst doch raus Nochmal eine Beere Tati zeig bitte Ich hab ihn Er scheint auch ein guter zu sein Hast du ihn auch? Ja ich hab ihn auch Ich hab ihn nicht Aber nur damit du Bescheid wirst Wenn er das entwickelt Kann sein dass er nur verdoppelt Oder? Wie war das? Wir haben doch letztes geschaut mit so nem Rechner Jaja Jetzt musst du ungefähr verdoppeln Verdoppelt gell? Also hat er dann ein Sexsystem Es gibt's doch nicht man Oh mein Gott Aber ich könnte ihn jetzt machen oder? Ok ich hab nochmal getroffen Eins Zwei Drei Oh mein Gott Endlich Nimi endlich man Alter Vasili Was ist da los Vasili Mach Ding Mach Hyperball Ich hab jetzt schon 5 Füberbälle Für den Und jetzt? Du wirst doch weiter überballen Oh ne das würde ich auch Krass Es kann doch uns 84 sein Nein Es kann Es ist nur 84 Einzig nach dem Bein Dann ist das schlecht 84 geht schon Seid's nicht so pingelig Leute Da wo du so rechtzeitig bescheid wirst Nein 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 Das was wir gefangen haben Das andere werden wahrscheinlich noch besser wissen wissen Aber dann war das andere nicht spät Das andere war scheiße Man hat's weggeschickt Zeig hier Echt Aber das wäre drei Momoms mehr gewesen Ok Vier Momom Vier Danke Danke Vasili Danke Vasili Hongs Clan echt zuverlässig Es waren vier Mein Gott Machen wir jetzt was? Ja machen wir's Auf zum Ostpark Danke Hannes Ciao Hannes Ciao Hannes Alter warst du schon? Warst du schon? Ernsthaft Auf geht's Auf geht's Die Folge war lang aber Die Folge war lang aber Da war ein bisschen Action Dadurch verging die Zeit schon Ja Nächste Folge Auf zum Ostpark Die Die Ostpark Folge ist echt gut Gefällt mir Da war ein wichtiger Moment dabei Aber ja Das war's von dieser Folge Schreibt unten in die Kommentare Ob ihr die Folge gesehen habt Und ob ihr die kennt Tourtalk 15 Uhr Mittwoch 15 Uhr immer Leider fehlen Informationen Aber Wir haben Hannes kennengelernt Und wir haben Von Nestern Gehört zum ersten Mal Dieser Samnest Und von Maps Das erste Mal Dass ich von Maps gehört habe Aber ja Das war's von mir Wir haben mal Liken Subscriben Kommentieren Checkt die anderen wie es ab Folgt mir auf Instagram Facebook Twitter Checkt den Shop ab Und vergesst nicht Pokémon is serious business